Ah scheiße ich glaube ich muss mir selbst den Kopf abhacken ja ich habe nämlich heute kann ich die Folge erst mit Verspätung hochladen ich habe nämlich also ich war zuvor gestern aufzunehmen und deswegen habe ich dann jetzt über die Nacht nichts hochladen können und deswegen fehlt mir jetzt einfach mal keine Ahnung zwei Stunden Big Force Scherz den ganzen Jahr scheiße ne ich nehme gerade auf jetzt in einer knappen Aufnahme äh und lag die Folge dann jetzt gleich hoch so dass die vermutlich gegen 18 Uhr online sein wird oder sowas und äh pff ja die Musik ist übrigens gerade nicht da das finde ich schon scheiße Big Force juhu okay äh dann einmal ganz kurz Waffencheck ja reparieren und dann will ich einmal im Itemshop vorbei schauen was haben wir denn hier so an der geilen Scheiße hier ohm aha aha oh aaaah 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 aaaaah aaaah also ich bin ja generell so ein bisschen verblödet, aber jetzt ist das echt grad ein bisschen peinlich hier ähm genau die Kategorie müssen wir prüfen 68% Egal, das reicht ja noch So, Liga Und dann suchen wir uns direkt mal die nächstbeste Map Und dann wollen wir uns noch mal einen runterholen Ich meine, runter zum Kiosk und da was holen Weil ich ja so ein Arschpenner bin Und das da alleine gegen Einer gegen alle spielt Und das ist sogar ein Gewinn Ist ja unglaublich Aber das Match scheint auch gerade es angewandt zu haben Das CTF Darfuck Wenn die verstärkt Scheiße, Verstärkung Mit Ladehemmungen Das Jetwalk Den kennen wir doch schon Yeah, Tax der Hacker, ne? Weil ich hätte hier irgendeine Arschbezeichnung gehört Wieder als Hacker Weil man hat so ein paar Kills mehr halt Aber es gibt ja teilweise leider auch wirklich Hacker Ähm, wie, ne, Hacker, wie ich das hier auf meinem Kanal lade Also wenn ich so Hacker sehe Dann nehme ich die manchmal auf Und stelle die so ein bisschen hoch Damit die sich gefickt fühlen Äh, wo muss ich denn hier raus? Alter, kann hier mal einer Hallo-Übersicht? What the fuck, was war denn das? Äh, manchmal macht es mir ein Brickfoss übrigens Leider klein Äh, ach Äh, ist doch nicht wahr Alter, ihr wollt mich doch echt Wollt ihr mich ficken? Offensichtlich schon Na Das war ja mal eine coole Runde Ähm, nee, aber ich hatte eigentlich was anderes für diese Folge geplant Äh Aber ich glaube, ich werde nochmal eine Runde zocken Und das dann in der nächsten Folge machen Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt denken könnt, was ich da vorhabe Ähm Soviel sage ich mal dazu Part 2, also Teil 2 Und zwar, ich meine jetzt nicht, dass es den Part 2 von dem Let's Play hier Sondern Part 2 Auf deutscher Übersetzung Teil 2 Camper, ja super, camp ich doch selbst So, Sky Garden ist echt ne Map, wo man nicht zwingend campen kann Auch König Nein, nein, nein Alter, wer wird'n je noch so mit Herr Leute, es ist gefährlich. Hier können wir einfach mit Granaten um euch werfen. Die müssen auch mal sterben, wenn ich noch mal schieße. Mann! Was war das gerade? War gerade ein... Äh, ein Hacker. Oh Gott! Der erste Hacker-Kontakt im LP. Ich glaube es nicht. Ist doch der erste Hacker-Kontakt? Das ist mir auf jeden Fall schon direkt eine Nummer zu hart. Denn Hacker sind doch echt nichts gern gesehenes. Nein, 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 nein. Oh, Fresse poliert. Und zwar mit Meister Propa. Meister Propa, Meister Propa, leckt ihr Klosauber. Meister Propa, Meister Propa. Und, äh, tut ihre Wäsche alt. Wer ist denn den Camper? Aber jetzt kommen die mit vier Mannen, kommen die hier rein. Und sie wollen wie im Sex haben. Und denen fällt das vor, wenn ich mehr... Oh, God! Was war das denn für das Scheiße? Das ist ja sozialer Selbstmord hier. Also generell sozialer Selbstmord aber. Auch wenn man das hier macht, was ich mache. Also generell einfach so, äh... Taxig sein, ne? Ja, aber generell einfach sozialer Selbstmord und, ähm... Ablachen und sowas ist alles generell verboten. Ähm, ob man jetzt gerade merkt, dass ich Scheiße labere, nur um hier irgendwie das... den Audi-Kommentar so ein bisschen dazu zu zu ballern, das ist mir schleierhaft. Das sind so ein paar Schnellmatches hier, ne? Das sind immer sofort wieder raus. Komm, wir werden mal mal. Komm, wir werden mal mal. Komm, wir break-Punkte. Zehn Stück. Die Kicks der LP-A. Gern mal, ne Runde Basecamp. Das sind diese Typen, die ich so richtig schlau finde. Weil man die Waffe darüber auch umzieht. Der will doch Kills machen tatsächlich an der Kanone. Oder Kills machen. Wer hat den jetzt Player erkannt? Er... Verarsche. Ui, I can see you, but you don't see me, and you will come here to me, and I don't like that, because then you have a chance to kill me, and it's not very fine, and that you have overlived auch nicht. Ich... gepistelt. Ich geh erstmal hier runter. Hab genug da oben rum zu hängen. Ich spiel auch nur auf Beginner, weil ich ja so ein Vollnup bin und so richtig Angst habe, dass dann irgendwelche harten Pros kommen und mir einfach mal so komplett die Frase wegballern. Um... Oh. Uad hat aber jemand erwischt. Töten Düm... ...dam-dund B MERC процent, tra la 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 Wer vielleicht hat schon mal eine Mehrkosten gespielt, beziehungsweise kennt das Spiel Auf jeden Fall ein schönes Game. Ist jetzt zwar nicht so let's playenswert, weil ich weiß gar keine Ahnung, wie man so auf das playen soll. Weil dann müsste man ja theoretisch komplett ein neues Spiel anfangen. Also seine ganze Karte resetten und so. Und das ist ja nicht das Idealste. Ideal allemal nicht. Naja, ich dachte, jetzt erwischen wir den noch, aber... Ach, den hab ich so noch ge... Ist ja neid. Hat man das schon mal erlebt, da war doch gerade so ein Unterbrechung. Oh, Mann, und jetzt muss ich das... Das ist so blöd, mit so einem anderen Converter hochladen und das ist alles so scheiße. Das wird wieder eine Ewigkeit, darum bis das Video draußen ist. Deswegen mach ich einfach nicht kalt nach dieser Aufnahme, nach dieser Runde hier. Aufnahmestocken, na super, die geht ja auch noch lang genug, ey. Äh, werde ich sogar in zwei Folgen teilen müssen. Und da bei dir immer, ihr werdet ab, dran, wenn euch diese Videos ansehen würdest. Ich bin ein V-H-P-A, und das kriege ich leider aufzunehmen. Weil jetzt heule ich euch die Ohren voll und rede wieder über andere und, äh... Und da sind... Ich bin ein V-H-P-A, und das ist ein V-H-P-A, und das ist ein V-H-P-A. Ich bin ein V-H-P-A. Ich bin ein V-H-P-A, und das ist ein V-H-P-A. er trifft sogar noch ich glaub's nicht und ich will den König Maupen der Hand getötet in der Köln das ist die die Sackfels das in die Dac-Fels hat sogar ein Dac-Fels auf Facebook gefunden mit dem ich verreise aber nicht von wem um die Kühle die Dac-Tails wer kennt die Dac-Tails die Dac-Tails die Dac-Tails die Dac-Tails mann mit dieser Beweite die Dac-Tails und ausgeraubt das wäre ja da will nur ein News nach der Schatz und wo auch die Leger alles und sich die Dac-Tails die Dac-Tails klar und die Dac-Tails und sind nicht mach ich nicht mehr erster das eine Rekruten ist vor mir geht ja mal gar nicht aber wir haben den fast ein paar Kielsen haben wir den Fettkopf hat übrigens dass die selber ausgestattet wie wir ich renne nur in die ganzen Sachen rum die man anfangen bekommt Kielsen es ist aber das kommt das kriege ich doch hin das wäre doch jetzt peinlich wenn nicht dann lutschig und dann puste ich und dann komm 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 da gibt es doch nicht ich bin aber gerade so schon unkonzentriert kann daran dass ich gerade drei Stunden Hausaufgaben gemacht habe und ich müsste eigentlich nur lernen jetzt schon morgen wenn so ein Vokabelfest ist aber lach mich nicht aus dafür muss auch ich lernen wenn die Vokabeln neu sind willst mich doch verarschen und da oben sitzt so einer am Schütz so einer von seinen eigenen in der Welt hier verstört 3 und kriegen welche mit der Kanone also ein haben wir ja höchste Hau ich glaube das Camper beleidigt werden er wurde in den Jörg zu sagen und bei der Klinik hat das Fettkopf in der Tat klar er hat er natürlich auch Kritik hier aber ich hatte doch mit zwei Prozent besser als ich und ich glaube dann Ähm, ne, doch, ich war besser, ist doch nice. Ähm, ich glaube, ich höre dann auch für diese Runde heute mal wieder auf. Und wir sehen uns dann ja in der nächsten Folge, wo ich dann was machen werde.